yo hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer hier ist euer chrissy schnissi auf der venus und spielstation jetzt natürlich lustigerweise für mich ist jetzt ein neuer tag also ich war jetzt mal habe jetzt einmal geschlafen und einmal gearbeitet und jetzt geht es weiter mit der aufnahme ich habe leider am letzten video zum ende hin nicht gesagt was ich machen will deswegen ich habe mir mein video noch mal angeguckt aber irgendwie weiß ich nicht mehr was man was ich was was 1 2 3 was wir machen wollten also ich gehe davon aus dass wir wahrscheinlich irgendwas pumpen wollten irgendwas machen wollten irgendwas keine ahnung wollten also würde ich sagen bauen wir erst mal ein paar ec 10 würde ich einfach mal sagen das ding heißt nicht logic das heißt housing genau ich würde sagen wir bauen mal mindestens drei weil ich möchte noch was damit machen und zwar einmal das n2 auslesen und filtern dann die wasserkühlung und dann den die ganze überdruck geschichte von den tanks und den ganzen ventilen also wasser sauerstoff dingsbums und drucküberwachung plus abgas rauswerfung falls hier alles doof ist so jetzt gucken wir mal machen wir tauschen mal das um wir gucken mal hier haben wir den filter auf ja den haben wir oft das ist gut ja das braucht schon ewig das ding sowas auf jeden fall auch brauchen dann ist ein worter train weil das problem ist die rakete bringt jetzt eis mit wasser eis egal wie viel wasser wir jetzt haben oder brauchen oder nicht wir haben jetzt eh schon genug wasser um uns was zu essen herzustellen also von daher das ist so krass ja wie wir hier tagelang folgenlang rum rennen und es wirklich auf der kippe steht ob wir überleben oder nicht ja und dann ist die rakete da und alles funktioniert ja überleicht mal ja also wirklich die rakete rettet euch das leben auf der venus und wir haben ja eigentlich eine ganz lustige geschichte begonnen wir haben ja mit wenig wasser und viel aufwand haben wir ja die wintersbonis mal ausprobiert was ja prinzipiell geht also man kann das machen man kann entsprechend wenn man keine außenkühlung verwendet kann man bis zu zwei stylis damit betreiben was erstmal prinzipiell ganz cool ist wenn man halt energieprobleme hat am anfang natürlich ist das schwierige dass die wintersbonis primär zum kühlen da sind und nicht um wasserstoff und sauerstoff herzustellen das heißt das was sie an wasserstoff und sauerstoff herstellen wird euch irgendwann vor die füße fallen ihr habt ja bei mir gesehen wenn man das ausrechnet funktioniert das gerade so aber dann wird man dann nie irgendwie sauerstoff und wasserstoff für die rakete haben der vorteil den wir jetzt haben dann mit der zweiten stufe die wir gemacht haben mit den tomatenpflanzen und den schreddern das war die effektivste version eigentlich das heißt daher konnte man auf jeden fall hat zwei abgreifen und sauerstoff und mit den dargas natürlich die hier den sauerstoff auch produziert haben in großem maß haben wir natürlich dann geschafft jetzt die rakete zu bauen und damit sind wir eigentlich safe also man könnte jetzt sicherlich noch eine rakete bauen mit 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 na erzählt man hier schon eine rakete bauen mit mit erz eine zweite sage ich mal man könnte da eine erz sortierung machen unten hast du nicht gesehen und hast du nicht gesehen man könnte jetzt auch noch eine also die elmo furnace ist ja jetzt absolut drin sage ich mal die könnte man jetzt sofort bauen aber das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht machen denn ich habe festgestellt dass ich mit dem setup was wir hier auf der venus haben mit der klimaanlage und das ist auch ein zentrales instrument dass wir damit eigentlich geschafft haben die kälte zu erzeugen um hier zu zu leben und wir haben es geschafft die wärme zu erzeugen um ja die wärme zu erzeugen und wir haben es geschafft quasi die wärme zu erzeugen um nicht zu erfrieren nicht zu erfrieren mann wir haben wärme erzeugt um den ofen anzuheizen meine gut jetzt war ich gerade mit lang woanders und das finde ich gut ja jetzt brauchen wir das elektrum wieder also das heißt wir haben eigentlich gezeigt dass wir mit mehrstufigem aufbau auf der venus hier eigentlich doch ganz gut klar gekommen sind ja ich höre eure stimmen ja ich höre euer aber denn das war noch nicht der schwerste schwierigkeitsgrad denn erstens haben wir nicht ohne helm getrunken und gegessen was jetzt die hardcore spieler unter euch immer machen und wir haben natürlich diesen trick benutzt hier um den filter hier oben zu vertügeln ja aber wir könnten noch eins bauen so und wir haben wir haben halt diesen filter trick hier benutzt das ja nicht ist ja kein trick eigentlich wie gesagt ich lasse ein bisschen sauerstoff in meinen helm und dann benutze ich den halt so wir müssen dann auf jeden fall auch noch ein paar leds bauen das fände ich zum beispiel cool wobei ich gerade überlege ob wir das nicht auch auf eine konsole schreiben können aber wir schreiben es mal auf ja das sind ja konsolen konsolen genau so wie viel kann man mir tut mein knie weh was ist denn jetzt los und bestimmten alien drinne wieso tut mir mein knie auf einmal sowie kniescheibe das liegt wahrscheinlich daran dass ich jetzt gerade zwei stunden im stau stand auf dem weg nach hause das reicht nicht mit zwei stunden ich bin ja dennoch um die botanik rumgefahren also einmal um block sozusagen einmal um meine hut ungefähr 150 kilometer drum herum gefahren damit ich nicht im stau stehe weil auf der a2 das ist ja die warschauallee sagt man ja auch da war das nicht so geil heute ja da war sich wahrscheinlich wieder irgendwer dort gefahren weil es war nicht nur die autobahn gesperrt in die richtung in die ich fahre wo wohl der unfall war sondern auch die gegenseite das heißt da muss es heute wieder richtig geknallt haben wundert mich aber auch nicht denn auf der a2 hier in magdeburg vor dieser wunderschönen elbbrücke die ja gerade restauriert wird wie jede andere brücke in deutschland da fahren sich fährt sich jede woche jemand tot ja so hart wie das klingt und so krass wie sich das anhört aber es ist so jede woche fährt sich da jemand tot auf der autobahn wenn es nur ein lkw fahrer ist wollte ich gerade sagen aber wenn es eben vor allem lkw fahrer sind oder pkw fahrer ihr könnt euch das nicht vorstellen ja jeden tag gibt es hier tote jeden tag auf der autobahn und das finde ich so krass ja weil ja weil es einfach vermeidbar wäre meiner meinung nach nicht wie gesagt der meinung aber ja gut so wir werden jetzt hier werden wir jetzt mal ach jetzt müssen wir erstmal hier die ganzen icc ins bauen da bauen wir erstmal hier ein hin ich möchte das mal ein bisschen getrennt haben wir brauchen das eigentlich nicht trennen aber ich hätte das schon gern so ja und vermeidbar mit unfällen meine ich dass das das wenn man einfach mehr abstand halten würde auf der autobahn so als lkw fahrer oder als was auch immer dann würde da auch nichts passieren aber die halten keinen abstand die fahren wirklich drei meter hintereinander und dann wundern sie sich warum warum es knallt also das ist schon äußerst heftig habe ich jetzt nur eine gebaut ich blödmann ich habe nur eine gebaut na ist egal so und dann wundern sie sich natürlich dass es knallt wenn sie die ganze zeit ja ein meter hintereinander fahren weil sie ja dann auch nicht raus gucken wahrscheinlich aus ihrer scheibe da ich also wie gesagt das ist jetzt kein bäsch das ist jetzt kein bäsch gegenüber lkw fahrer aber das was ich da so jeden tag sehe meine herren also ich würde so nicht autofahren oder lkw aber gut wie gesagt man man meckert ja immer über die lkw fahrer und ich meine da nicht alle mit ja sondern nur die leute die halt so fahren wie sie fahren genauso sind autofahrer auch verrückt hat also ich will das jetzt nicht ich will jetzt keine lkw fahrer bäschel mache ich mag lkw fahrer ich lass die immer raus wenn die irgendwo stehen oder die lassen mich raus wenn ich irgendwo bin und ich gebe auch gas auf der auffahrt aber das sind ja so themen ja die fahnen halt zwei meter hintereinander her und fahren dann aufeinander und dann gibt es wieder tote ja und so war es heute auch wieder und das ist krass weil vermeidbar ja wenn man abstand halten würde und sich leute nicht totfahren aber sei es drum so hier ist nichts drin das ist gut so ach so warte dann haben wir hier hinten noch nicht was ist denn hier jetzt habe ich ja hier warum habe ich denn das schon zugemacht ach das doch hier schon wieder pop ist hier ja wir machen erst das mit dem wasser hier drin die frage ist der liquid train ja wenn ich den jetzt benutze wo muss denn der sein muss ja draußen sein muss ja drin sein wo kann der sein der sieht aus wie ein abfluss hier ne müssen wir mal gucken hier den habe ich noch nie benutzt kann ich euch also nichts zu sagen liquid train the train is a simple device also not without a touch of mystery when connected to power to power and activated it drains liquid from a liquid network to a rate of 1 mole per tick handy if there is liquid you need ja ok da steht nicht drin dass das ding draußen sein muss also drin ja ich will das hier hin bauen weil es natürlich passieren kann dass wir jetzt irgendwann ein problem haben hier mit dem wasser ach Mensch eh dreh dich doch mal richtig hin so naja so können wir es ja auch machen ja so geht das auch so geht das auch guck mal hier können wir jetzt hier hammer das geht jetzt aber nicht verloren das wasser nehmen so lange wie das ding nicht unter power ist passiert nichts passiert nichts alles klar ach so da steht ja power und dann ja 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 warte mal hat das ding und auf switch also wir gucken mal gucken mal nicht dass wir da jetzt strom dran legen und dann macht er uns hier schon alles leer hier das wäre doof aber das können wir mal probieren was da passiert also könnten wir probieren wenn wir genug kabel hätten haben wir aber nicht haben wir nicht können wir irgendwo was abschneiden was wir nicht mehr brauchen nein wir werden jetzt erstmal noch kabel machen das wollte ich eigentlich schon machen aber nein ach Mensch ich wollte doch den scheiß hier reinschmeißen ja naja also hat der chrissy heute wieder ewig lange gebraucht weil wieder schwerer unfall war und naja die ganzen leute fahren natürlich alle auf der bundesstraße da fährt ja auch jeder wie er will ich bin dann wie gesagt ganz außen rum gefahren über ganz viele kuhdörfer aber da da fahren auch die leute lang die auf der autobahn nicht fahren können das heißt ja da waren ein party und natürlich in magdeburg magdeburg ist das neue new york ich sag's euch hier ist richtig chaos seitdem die die stadt oder wer auch immer beschlossen hat hier eine million baustellen aufzumachen wie natürlich in jeder anderen großstadt auch also ich würde nicht sagen dass magdeburg eine großstadt ist aber hier ist ja alles sie sperrt jede brücke sie sperrt jeder scheiß jede straße alles das ist der ganze verkehr zwängt sich über eine straße sozusagen der nord süd verkehr und der ost west verkehr auch und das problem ist natürlich wenn die autobahn dann zu ist dann quillt sich der autobahn umleitungs verkehr genau da lang ja das heißt es ist so schon stau ohne ende aber wenn dann autobahn stau ist dann ist natürlich auch dort noch mehr verkehr ist richtig geil richtig geil macht richtig spaß ich guck grad hier ob wir noch kabel haben aber haben wir nicht gut dann müssen wir nicht herstehen und dann gibt es natürlich die ganzen verrückten autofahrer die natürlich gleichzusetzen sind mit den verrückten lkw fahren die dann natürlich jeder wäre der erste sein ja jeder will der erste sein keiner will dem anderen irgendwas gönnen die sind übrigens die anderen anzeigen und naja keiner will den anderen vorlassen ich habe jetzt vorfahrt also verzieh dich und la 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 und dann wollen sich da boxen und versteht es nicht also ich bin im mecker auch mal rum ja klar auch beim autofahren ich bin schon so ein attarino auf jeden fall aber ich würde niemals jemanden irgendwie in gefahr bringen durch meine atterei im auto ich attere vielleicht auch mal vor mich hin und meckere vielleicht auch mal und schrei die leute auch mal an im auto aber ich würde sie oh es klingelt na das klingeln aber ich würde sie niemals im straßenverkehr dann mit meinem auto irgendwie wie sagt man diskreditieren also ich schrei die einfach an in meinem auto mit scheibe zu mache keine furchtelein zeige keine stinkefinger ich schrei sie einfach nur an aber ich würde niemals zum beispiel das mit meinem auto nachmachen also sie bedrängen oder oder irgendwas ja man sagt ihnen halt oh bist du blöd hast du den ampel nicht gesehen oder warum fährst du bei rot drüber oder auch danke wieder nicht geblinkt weißt du so das kennt man ja weil jeder von euch fährt ja bestimmt oder einige von euch fahren ihr auto kennt man ja aber ich würde dann zum beispiel niemals jemand wenn jemand zum beispiel im weg ist auf der autobahn ja ich fahr halt mit 200 auf der linken spur und der fährt halt mit 110 auf der linken spur dann würde ich niemals dicht auffahren und denjenigen die stupe machen und sagen hier verzieh dich sowas will ich nicht machen aber ich würde dann schon im auto sitzen und sagen haben wir wieder sind wir wieder eingeschlafen auf der linken spur ja so das ist so dieses aber nicht immer rede also das passiert nur in meinem auto sozusagen und nicht außerhalb und das wird auch niemals einen einfluss haben auf das was außerhalb passiert also so wie sagt man rabiate fahrweise oder so würde es nie geben also ich war schon mal zügig aber nicht rabiat und immer sehr zuvorkommt und immer sehr vorausschauend das halt das wichtigste also ruhig mal heute raus lassen ruhig mal heute rauswinken ruhig mal sich ein bisschen entspannen beim autofahren dann hätten wir alle ein bisschen weniger stress die leute nicht immer so hektisch werden ich denn sehe so eine zweispurige straße die linke spur wiegt nach links ab die rechte wiegt nach rechts ab und die rechte spur ist voll da stehen ganz viele leute und da kommen die leute von der links abbieger spur angeflogen von ganz hinten und vorne drängen sich natürlich vorne an der ampel noch rein ja wo ich dann sage wir alle warten hier ja nur ihr idioten nicht weil ihr müsst euch jetzt von der links abbieger spur vorne in die rechts abbieger spur eindringen ja ich meine wir warten ja alle nicht auf schlechtes wetter oder so sondern das ist halt warten halt alle darauf dass grün wird und wir losfahren können ja naja es ist das sind ebenso eine spack aus gibt zeit naja so das haben wir gemacht jetzt müssen wir mal gucken wo wir den pipe analyzer hinpacken der müsste theoretisch ja hierhin weil hier ist ja ein hervor wir haben ja unseren tank hat unser tank wo haben wir sind unser tank anschluss achtet haben natürlich nach hinten gedreht das ist ja super da komme ich doch besonders gut dran na sie sagt geht doch ja ja oxygen da braucht man nämlich kein pipe analyzer so das heißt wir haben den pipe safe wir haben unseren tank damit wissen wir was da drin ist und wir haben hier unsere leitung da haben wir haben wir draußen unseren anschluss unserer messung ja genau die frage ist natürlich man könnte den natürlich verbieten zu 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 schreddern dann sammelt sich das halt hier in diesem links alles ne also ist immer die frage wie viel wasser haben wir dann und wenn ihr drin nur die temperatur ein stück hoch geht ist das verschwunden sechs grad glaube ich oder so aber ist egal so die haben wir auch nichts mehr drin hier ist noch ein bisschen wir sind noch ein paar mol drin jetzt auch noch ein paar mol drin das wundert mich dass hier hier sind mol drin aber hier nicht also in zwei aber guck mal wir haben schon 32.000 eigentlich brauchen wir die bloß hierfür brauchen wir so nicht mehr los schicken 14.000 ich brauche die rakete gar nicht mehr los schicken den wollten wir anders noch mal gesagt ja okay was machen wir jetzt noch die automation ach jetzt hast du wieder zugemacht meine herren muss ich noch mal reingehen ich wollte ja den chip hier noch ansetzen und die leds dass wir da noch ein bisschen was anzeigen können wir könnten das theoretisch auch auf die konsole schreiben erst die frage wollen wir die rakete noch mal los schicken dann kommt die noch mal mit 600 an dann haben wir sind platz unsere tanks ja naja die platze nicht die frage ist was machen wir mit dem h2 und dem o2 also jetzt brauchen wir kein wasser mehr daraus machen weil sie auch wasser mitbringt die rakete das heißt eigentlich sitzen wir jetzt auf dem zeug und wissen ja nicht was wir damit machen sollen 11 mega pascal 1,9 also h2 wäre natürlich schön also klar wir könnten dann wästen wenn wir sagen hier ist jetzt zu viel drin dann wästen wir einfach den scheiß und auch wasser könnten wir dann wästen sage ich mal da machen wir jetzt erst mal hier noch hier noch ein chip hin das wird dann unser chip hier für chip und chip und so der macht dann die ganze wasser geschichte und der könnte ja theoretisch warte mal 1 2 3 4 5 der könnte der könnte die komplette wasser geschichte machen also draußen auch ja dann macht das diese eine chip 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 dann brauchen wir draußen den ja da gar nicht ja das sind jedes mal 50 watt aber eigentlich ist auch egal also man könnte jetzt diesen raum hier auch mit winters bonis bepflanzen aber das ist eigentlich quark weil die brauchen eigentlich keine minus temperatur das haben sie auch ein bisschen blöd gemacht die winters bonis haben zwar eine gute kühlleistung aber aber man muss sie immer in dem temperaturbereich halten und das ist schon anstrengend ja so jetzt geht's los jetzt machen wir hier mal hier mal auf oder können wir den chip hier hin bauen oder kann auch so rum sein ist egal der macht dann das n2 es ist jetzt okay ja aber es funktioniert also warum nicht so der macht das n2 die baume jetzt mal wieder hier rein die machen wir nehmen wir mal in acht doch die baume rein wenn wir nachher programmieren das hier dann nehmen wir die wieder rein so der muss ja eigentlich nicht filtern weil es gehen in zwei drin also können wir die noch mal ausmachen so was haben wir denn hier an temperatur das ist ja schon minus 200 grad sein ja oder fast minus 181 oxygen ja und elmo furnace bei euch jetzt nicht auf ich hatte überlegt ob ich sie hinten aufbauen aber eigentlich brauchen wir nicht aufbauen weil das hat ja gut funktioniert ich habe hier alles mit geschmolzen also ist super also das einzige was wir jetzt noch nicht haben ist es trolleu doch es schon gemacht für die brille für die ohrbrille die wir vielleicht noch geil aber das sieht so schön aus ja so was haben wir hier drin 41 das wundert mich aber auch warum funktioniert in diese filtrationsgeschichte hier nicht mehr ist hier irgendwas kaputt gegangen oder was weil warum laufen denn die die ganze zeit stehe ich nicht was haben wir da eigentlich stellt die haben wir wahrscheinlich zu hoch angesetzt noch wann die man die ausgehen sollen die sollen bei null ausgehen haben wir gesagt na glaube ich aber was ist ja das ist ja richtig branch equal zero also wer eq b r e q z b r e q z genau b r e q z relativ branch to line b f a gleich 0 wenn ratio 0 0 ist dann springt so filter auf filter off also ich bringe wieder hoch verschieden ich machte nicht geht nicht aus wahrscheinlich wahrscheinlich wird das nie 0 gehe ich schon aus es wird wahrscheinlich nie 0 jetzt können wir wieder nicht reingucken ach man 0 da steht 0 also ist die ratio 0 das heißt eigentlich müsste der filter ausgehen nicht dass wir da auch wieder so ein bug haben naja keine ahnung lassen wir jetzt erstmal aus hier drin passiert ja eh nichts hier der filter ist ja der ist ja auch schon aus hier und da macht ja auch gehen hat zwei mehr wobei der immer wieder aktiviert wird aber der macht auch nichts mehr hier der braucht auch nichts mehr machen weil wir haben es jetzt geschafft hier 14.000 mole haben wir ja mal 5000 mole und wasser haben wir 50.000 mole ja also keine ahnung was sollen wir jetzt noch machen außer dass sie ausmachen der oben ist ja schon aus so hier brauchen wir eigentlich auch nichts mehr groß machen weil ja die pflanzen brauchen wir auch nicht mehr außer um was zu essen zu machen das ist schon es ist schon erstaunlich wenn man dann plötzlich nicht mehr angewiesen ist darauf hat zwei zu erstellen und wasserstoff und sauerstoff dann haben wir es ja eigentlich geschafft das ist die frage ob wir dann jetzt damit das ist ja jetzt unsere überlebensbasis und ich habe ja neulich in den news in den in den kommentaren gelesen also für euch ist es schon ewig her aber für mich ist ja neulich weil ich nehme ja gerade auf während das andere let's play noch läuft habe ich gelesen dass jemand geschrieben hat wenn ich krisi mach noch mal maus hier mach noch mal maus aber bitte immer mehr als 160 folgen so so das lassen wir jetzt hier mal als hier sind noch 309 drin das spiel spiel neue laden und das grindet wieder nicht das ding ja das ist ach das ist echt zum brechen ja mach mal mehr als 160 folgen und naja das werden wir dann natürlich auch machen ja versuchen wir mehr als 160 folgen zu schaffen das wird schwierig aber wir können das machen kein problem wenn ihr das sehen wollt die frage ist was wollen wir jetzt noch machen also vielleicht könnte ich ja jetzt tatsächlich mal ein cut machen beim let's play und einfach mal sagen so pass mal auf jetzt fange ich an erst mal zu zu warten bis ihr alle kommentare geschrieben habt und alle folgen gelesen habt alle folgen gesehen habt und dann nehme ich erst weiter auf weil dann kann ich auch auf eure ganzen tipps und tricks reagieren weil so kann ich das nicht und es funktioniert auch bei mir beruflich nicht brauchen wir nicht probieren darüber nachzudenken dass wir das mal machen wollen ja somit ich nehme heute eine folge auf ich lese eure kommentare und nehme dann die nächste auf für übermorgen ja das funktioniert nicht das könnt ihr vergessen das geht einfach nicht das liegt einfach daran wie wie ich hier lebe ja ich bin halt ja nicht in der lage das ist so zu machen außer ich mache es vollzeit und das habe ich euch ja schon mehr erzählt dazu guckt die videos zu wenig und der verdienst wäre marginal also ich weiß nicht ich habe mal geguckt bei socialblade was ich kriegen würde irgendwie sechs euro im monat oder so oder zehn also lächerlich wirklich dazu bin ich einfach zu klein ich will es doch gar nicht hauptberuflich machen habe ich ja schon mal gesagt es ist ja nur rein hypothetisch gesprochen ok na weil ich habe jetzt überlegt wenn wir jetzt erst mal safe sind und alles erst mal haben was wir brauchen können wir unsere richtige basis bauen oder was wenn wir die da oben auf dem berg bauen so eine richtig geile basis mit fahrstuhl im keller und allen scheiß könnten wir machen die frage ist wollt ihr das noch sehen also das ist etwas was ich jetzt vielleicht tatsächlich mal mache dass ich jetzt hier mal ein break mache also wirklich mal ein break dann schreibe ich mir mal ein paar sachen zusammen die ihr so kommentiert habt oder jetzt noch kommentiert oder irgendwie gesagt schon kommentiert habt oder die ideen die ihr dann jetzt habt nach dieser nach diesem video und dann setzen wir das um also klar die frage wäre oder die eine antwort kenne ich schon so was wie dann bauen wir ordentlich ja ja könnte man machen aber wenn man halt überleben muss dann baut man nicht ordentlich sondern baut man einfach weil man es einfach machen muss die frage wäre natürlich wenn wir jetzt hier unsere basis daumen auf dem berg bauen ja also hier hier oben hier hier oben bauen wir die hin hier wo chrissi gleich steht hier bauen wir den ersten hin so ja dann können wir auch immer auf unsere alte basis runter gucken können sagen guck mal da unten haben wir angefangen alles schön mit glas und so könnte man ja machen hier so hier anfangen mit dem ersten und dann in schöne plattform bauen und eine schöne eine schöne basis bauen könnte man machen auf jeden fall könnte man da runter gucken das ist ja auch tag da unten das kann ja eigentlich so bleiben guck mal der ofen hier in der mitte da wo mein seht ihr den weißen punkt hier von meiner maus guck mal da unten ist der ofen da und guck mal wenn ich so mit dem kopf bewege ich mach mal hier zu so guck mal wo licht aus das glänzt da unten da jetzt da seht ihr das sehr schön ja unsere basis sieht doch gar nicht mal so schlecht aus finde ich und da könnte man ja so eine ganz lange treppe machen die runter zur anderen basis geht das ist ja auch lustig ja und dann wäre natürlich die überlegung die ich mir so angestellt habe wenn wir da jetzt eine basis bauen und all das was wir jetzt hier haben da hoch bauen aber nicht jetzt hier abbauen sondern das bleibt hier alles das ist ja zum überleben das ist unsere rückzugsbasis ja oder wir machen hier einmal komplett einen koffer drumrum und machen hier einmal komplett sauerstoff rein ja aber ja dann sieht es trotzdem hässlich aus ja keine ahnung ihr könnt mir ja mal was schreiben ähm also ja das nächste venus let's play dann ohne den den cheat hier ja das verstehe ich euch auch aber das ist nicht machbar und das ist auch viel zu anstrengend ähm und ich will ja spaß am spiel haben und nicht mich anstrengen die ganze zeit also ich streng mich schon an aber wieso ich meine so ich will ja auch lust haben auf das spiel und das auf jeden fall macht keine lust wenn man hier mit mit alle fünf sekunden seine sauerstoffpulle wechseln muss weil sie voll ist ne oder die abgaspulle ja also wir haben jetzt wasser wir haben jetzt wasserstoff wir haben sauerstoff wir haben eine rakete die uns jederzeit material mit besorgen kann äh das material was wir jetzt hier verbaut haben war gar nicht so viel also es war eine menge ich habe echt also viel gefarmt aber so viel war es jetzt nicht ja dass ich sagen würde ich würde jetzt nochmal eine eine rakete mit sortierung bauen wollen ja also nö das wollte ich nicht sagen also man könnte ja vielleicht mal eine basis bauen in schön so designmäßig erstmal außen erstmal das design festlegen mit mit ähm na sagt mal mit frames und ich könnte mir halt schon vorstellen auch so so vier arme links und rechts also vier arme in alle himmelsrichtungen zu haben wo dann die solarzellen draufstehen zum beispiel also eigentlich sind vier arme blöd weil eigentlich müssen es ja ja die müssen halt richtung sonne äh zeigen ja so dass sie sich dann schön über kopf nur wegdrehen so wie das die aktuellen machen 314 save games hat mein mein station hier ist gerade schon gespeichert wahnsinn ja also so ich hatte mir halt überlegt da oben so einen richtig fetten klotz hier drauf zu bauen oder man könnte ja hier auch eine pyramide bauen sag mal es gibt ja glaube ich bei den bei den steel frames wartet mal wir gucken mal hier da gibt es doch auch möglichkeiten ähm gibt es ja so eine seiten frames hier ne da könnte man ja auch so ein paar geile formen mit machen ne also dass man wirklich so sagt man man macht jetzt mal eine eine steel frame so in in ähm in dings optik also hier so quasi eine pyramide jetzt auf den berg setzen so wie bei stargate die dann da so landet und ähm wartet mal ich muss mich mal hier oben hinstellen dass ich das besser sehen kann hey höher 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 mein freund höher so oh sieht das geil aus sehr schön ja also hier so eine pyramide drüber bauen und die dann unten irgendwo enden lassen und dann hier alles ausfräsen weil hier ist so viel material drin das können wir alles noch nicht brauchen ja das wäre auch lustig und die dann außen komplett mit solarzellen zu klatschen mit so 45 grad solarzellen oh das wäre auch lustig ja also strom müssten wir wahrscheinlich am anfang erstmal hier von unserer anlage nehmen überlegt mal was wir jetzt hier gebaut haben in sachen strom ja die ganzen solarzellen hier die solarzellen dann das da hinten mit dem wind die akkus stehen noch hier draußen das ist nicht wirklich ein richtiger raum ähm aber jetzt haben wir ja eine basis jetzt haben wir ja eine grundlage ähm mit der wir arbeiten können also wenn wir jetzt hunger haben bauen wir uns ein paar tomaten dann essen die fertig enden die tomaten haben so viel äh dings also wir essen die einfach vom strauch weg ja die tomate stirbt ja nicht ja das wäre zum beispiel so eine idee das war hier mir ist müde dass wir hier so eine fette pyramide drauf bauen müssen wir wahrscheinlich oben anfangen oder so und ich weiß nicht es gibt ja auch runde ecken glaube ich ähm das ist corner cut das ist corner das ist die dings oh bilder gibt es auch ja ok rover brauchen wir nicht bauen das quark das ding funktioniert eh nicht aktuell ist es ja auch so wenn man einen rover baut und aussteigt dann fällt man durch die welt deswegen ist das auch quatsch ja also hier gibt es ja auf jeden fall coole sachen wir können ja mal gucken ob was es alles noch gibt also corner cut steel frame normales frame ja das war es schon ja und die reinforced fenster die habe ich ja gebaut stellite ja oh wei wei das hat richtig arbeit gekostet ja also das wäre zum beispiel was was ich mir vorstellen könnte hier nochmal eine schöne basis zu bauen ähm aber man schön diesmal ähm aber wie gesagt da bin ich auch das muss ich mal offline dann machen weil äh da bin ich ja tagelang beschäftigt die zu bauen ja also das ist jetzt erstmal hier Venus wir haben überlebt ähm mit der rakete haben wir dann jetzt auch gezeigt dass wir es können hohoho wir haben es nicht geschafft mit der rakete haben wir jetzt gezeigt dass wir es jetzt können wir haben die kühlanlagen gebaut die gut funktionieren wir haben stromprobleme gelöst wir haben eine wunderbar funktionierende furnace also mehr kann ich dazu nicht sagen geiles ding kochen heiß 20 mega pascal sehr schön aber das können wir jetzt mal weil die nervt mich jetzt nämlich gerade was haben wir hier eigentlich an temperatur 2000 grad alter scheiße oh ja da geht jetzt die post ab da oben drin äh das ist raus hier ne ne das rein das ist raus das ist nur weil die mich gerade nervt weil sie so laut ist waa 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 das heißt können wir die auch ausmachen dann macht sie nicht so einen Lärm es geht nur darum, dass sie Lärm macht ja, so hier haben wir noch 2000 Grad, na 1600 haben wir jetzt bloß noch da können wir jetzt auch mal wieder Radiatoren drauf bauen ich meine eigentlich nicht, eigentlich kann das auch richtig heiß werden, ja das ist das ist ja egal mehr als 2000 Grad wird es eh nicht heiß oder weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch nie geschafft es heißer als 2000 Grad zu machen ich habe auch so das Gefühl dass dadurch, dass wir jetzt die heiße Seite so heiß haben, dass die kalte halt kälter wird ja, aber eigentlich ist das nicht so eigentlich funktioniert die Close Loop nicht ganz so wenn sie so heiß ist am Ende aber sei es drum so, wir gucken hier nochmal rein, wir machen hier mal zu gucken hier nochmal rein was machen wir denn mit dem Raum hier also wir könnten ja eigentlich ähm wir könnten ja die Wände wegreißen hier und könnten ja hier zum Beispiel noch so eine Art Notfallraum machen die Wände wegreißen und dafür ähm Scheiben rein machen und dann so eine Art Notfallraum hier mit Sauerstofftank und so ja, der ist ja noch hier, was ist denn da noch drin? da sind noch 5 Megapaskal drin ist geil hier drin wird halt weiter Temperatur gehalten ne brauchen wir zwar nicht, aber passiert hier der versucht jetzt natürlich hier den Druck aufzubauen versucht hier wieder was rein zu kippen man kann es ausmachen, bleibt natürlich an da der aber hier den hier steuert, lasse ich das auch mal noch an hier hier hätten wir unsere Wintersponys noch die wir noch verwenden könnten 4.000 Kelvin ja funktioniert ne also wir haben hier 4.000 Kelvin drin, Leute 4.446 Grad 24 Megapaskal ooooh da können wir die noch 3 Wochen mit betreiben hier aber so viel Strom brauchen wir ja gar nicht eigentlich die Frage ist ja die laufen ja dann immer volle Pulle, ja ja aber wenn wir hier die Wintersponys reintun da haben wir dann ja hier gar kein Problem mehr mit Temperatur und wir haben hier kein Problem mit mit Gas eigentlich und Wasser auch nicht weil die haben ja hier also die würden wir dann wieder anschließen ja dann könnten die Wintersponys laufen dann könnten die auch die ganze Zeit laufen aber eigentlich brauchen wir das nicht brauchen wir nicht mehr brauchen wir nicht mehr haben wir probiert hat funktioniert hat uns dazu gebracht zu überleben also wirklich wir haben jetzt hier auf der Venus quasi Dinge gebaut die wir jetzt nicht mehr brauchen weil wir die quasi benutzt haben um zu überleben ja ja den haben wir geklaut hier den Filter wie gesagt wir könnten jetzt Wasser herstellen brauchen wir aber gar nicht wir haben hier noch Wasser ja das kann alles weg hier das können wir jetzt zurückbauen das könnten wir alles in unserer Basis verwenden also das können wir ja theoretisch auch machen dass wir sagen unsere Stargate Basis die bekommt dann halt im Keller so wie ich es immer schon versprochen habe in tausend Folgen habe ich das versprochen wir bauen mal ein paar Stilframes einfach mal um das auszuprobieren wie das funktioniert in tausend Folgen habe ich versprochen es gibt einen Keller wo gefiltert wird es gibt einen Keller wo gekühlt wird das habe ich immer versprochen die ganzen Tanks sind im Keller habe ich immer versprochen und wir haben hier oben nichts im Raum wir haben hier keine 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 hier das ist unserem Elektroraum wir haben keine Tanks hier irgendwo rumstehen das habe ich immer versprochen dass wir so etwas mal bauen und vor allen Dingen mal so zu bauen dass es Platz hat dass wir nicht jedes Mal wieder hier diesen klick klack kick hack hier bauen guckt euch das an hier dieses ewige hier mit hier drüber springen und hier mit drüber springen und lalalala es sieht alles doof aus es funktioniert aber es sieht doof aus weil ich das immer dahin gebaut habe wo es gerade gebraucht wurde ja wir bauen mal ein paar T-Frames und dann gucken wir mal wie das funktioniert ob man hier eine ob man hier eine Dings bauen kann eine Pyramide wie weit man damit kommt weil theoretisch müsste man ja oben erstmal eine riesen Spitze haben ähm Frames das Ding machen wir jetzt mal leer mit Stahl ne machen wir komplett leer 50 Stück haben wir noch Stahl drin ja haben wir noch ne 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 warte 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 ich hab mich gerade anders entschieden das macht ja keinen Sinn jetzt alle zu verbatzen äh weil wir ja wir brauchen ja wir brauchen ja ich stahl noch für andere Sachen hier drin für Rohre und sowas deswegen das ist halt die Frage wollen wir denn Sachen von dieser Basis wiederverwenden oder wollen wir da oben alles komplett neu bauen und das hier als absoluten Notfallplan lassen weil eigentlich brauchen wir keinen Notfallplan mehr wir haben die Rakete die wird uns jetzt mit Gasen versorgen mit Gasen ja da könnten wir zum Beispiel auch unsere unsere Dings dann unsere Basis äh mal so richtig geil bauen so mit äh naja so mit farblichen Kabeln äh mit äh extra Trafos mit äh einem richtigen Keller wo gefiltert und gekühlt wird hm was haltet er davon wollen wir das mal machen so richtig schön bauen das kann ich sowieso nicht aber ja naja ok also die letzte Folge die ist jetzt ein bisschen länger habt ihr ja nur schon mitgekriegt ähm also die letzte Folge soll das auf keinen Fall sein also aber jetzt die letzte für diesen Sint sag ich mal und dann müssen wir uns mal unterhalten dann könnt ihr mir mal ein paar Sachen unter dieses Video äh posten äh mit so Vorschlägen äh worauf ihr Bock habt ähm nicht dass ich nicht schon Ideen hätte aber äh soll ja auch ein bisschen interaktiv sein hier ja dass man mal ein bisschen miteinander miteinander was hier macht so ja also wollen wir das hier auf dieser Welt weitermachen und diese komische Dings bauen hier diese Stargate äh Basis diese große krasse Pyramide oder wollen wir es nicht machen bei dem muss ich die ganze Erde hier rausbuddeln ey das wird lustig da habe ich ja schon Fallburg drauf so also das hier ist unser Frame 1 oder machen wir das hier zu unserem Frame 1 ja das wird hier unsere Spitze unserer Pyramide sagen wir mal das hier das wird die Spitze unserer Pyramide ja müssten wir uns ja mal gucken aber ich denke das ist okay so und jetzt müssen wir mal gucken ich habe diese anderen noch nie benutzt Seite Ecke Corner das heißt ja ähm ja wo warum kann ich denn die nicht drehen warum kann ich denn die nicht drehen was soll das denn ach so das ist denn so eine Ecke ach doch die kann ich drehen hm so okay aber dann fehlt ja die ist ja die Ecke hier wieder falsch mhm 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 na schmeiß weg brauchst du sie nicht mehr ach Engelgriner ja da war ja was das Corner Cut ich habe keine Ahnung so oh ja so aber wann wann entsteht da jetzt der Raum wo wir drin arbeiten können wisst ihr wie ich meine aber das könnte schon mal die Spitze sein ja die Spitze unserer Basis da kommt oben eine Fahne drauf naja können wir uns dann später angucken so gut okay also das war es jetzt erstmal für die letzte Folge in diesem Aufnahmestint ähm wir sehen uns dann in der nächsten Folge ganz einfach ich ähm guck mir jetzt mal an was ihr so schreibt worauf ihr Bock habt und äh dann gucken wir mal ne also eigentlich haben wir jetzt alles geschafft schön bauen könnten wir auch noch aber ich weiß nicht ob ihr euch das angucken wollt ein paar Sachen müssen wir noch automatisieren das machen wir auch noch das äh braucht euch keine Angst äh braucht euch keine Angst haben das habe ich ja angekündigt mache ich noch ähm ja aber das soll jetzt erstmal für die Venus gewesen sein bis hierher ähm dann erwarte ich eure Kommentare und dann basteln wir hier weiter ich danke euch für's Zuschauen bis dann tschüss euer Chris bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann